Dr. Alban, It's My Life hier bei uns auf Splash Radio, Hit Radio 3 bei Summer Splash. Heute ein wichtiger Tag natürlich, denn heute die große Ö3 Beach Mania. Ab 21 Uhr auf der Sony Ericsson Base, da geht es dann richtig rund. Ö3-DJ Philipp Kofler und Christian Trapez werden euch richtig einheizen und jetzt zur Einstimmung einen richtigen Sommersong, einen offiziellen Sommersplash-Song der letzten Jahre. Splish Splash, der Sommersplash-Band-Song. Grüß euch, ich bin der Stefan, wir machen hier gemeinsam das Splash Radio, Hit Radio 3 bei Summer Splash. Wir versorgen also die ganzen Splashes im gesamten Ressort über eine eigene Radiofrequenz im Zimmer, bei den Pools, überall wo es nur geht. Einfach den ganzen Tag mit Informationen, damit jeder genau weiß, wann, wo, was passiert. Das ist das Studio. Wir haben so ziemlich einen perfekten, würde ich sagen, Ausblick und einen der schönsten Arbeitsplätze auf Sommersplash. Wenn man hier rausschaut, es ist sensationell. Flash Radio finde ich super, mörderisch, super Stimmung, einfach geil. Ja, absolut gewaltige Sache und vor allen Dingen auch für mich als DJ absoluter Wahnsinn, oder? Ja, weil sobald Splash Radio spielt, habe ich frei. Also, genial. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.